Hey, sag mal, was bist du eigentlich für ein Typ, Mann? Du wirkst auf mich, als ob du nur auf cool machst, aber in Wirklichkeit ein beschissener Spießer bist. Hast du Eier, Mann? Ich frag dich, ob du Eier hast, verstehst du? Ich hab das Gefühl, du bist so ein weicher Mädchensohn, mit großer Klappe, großen Träumen, aber geht nichts. Verstehst du? Ja, Mann, sag doch mal, was du drauf hast, Alter. Komm, komm schon. Ey, komm, du bist total besorgen. Komm schon, komm schon, Alter. Was ist denn scheiße? Was ist los, Alter? Sag doch mal, was du drauf hast, ne? Ja, Mann, du bist wieder schlafen, Mann. Alter! Tito! Du musst zeigen, dass du ein Kerl bist, Mann. Verstehst du? Wenn's drauf ankommt, musst du zeigen, wer der Big Boss ist, Mann. Oder bist du so ein weicher, ja? Mach dir mal keine Sorgen, Digga. Ich werd dich noch zu deinem korrekten Homo machen. Verdraue mir einfach.